Ja, was ist gerade der Team hier? Heute mit mir auf Dean Schneider Reunion, wir auf Naila the Queen. Leute, der gute Dean Schneider hat vor zwei Wochen ein neues Video rausgebracht und ihr wisst Bescheid, sobald Dean ein Video rausbringt, bin ich eigentlich der Erste, der sich das Video reinzieht. Ich hab's mir noch nicht reingezogen tatsächlich, ich hab's zwei Wochen ausgehalten und jetzt dachte ich mir, nee, komm, weißt du was, jetzt drehst du eine Reaction dazu und ihr wisst, ich liebe Dean, er kommt aus der Schweiz, aus Zürich, da woher ich komme, von dem er bester Mann. Aber gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, der Junge hat so viel mehr verdient, so viel mehr Respekt für alles, was er tut und ja, let's go. Oh Gott, let's go. The reunion of Naila, with the Pride, was probably the most educational and impressive moment of my entire life. There were so many totally unexpected situations, I mean, it started already, once we entered the camp and Naila met the other lions. All of a sudden, as if somebody would push a button, everybody changed his mood. Oh, 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 oh. Also ich meine, ist ja cool, aber, also ich meine, Dean weiß ja, also ich meine, Dean hat, für die Leute, die Dean nicht kennen sollten, Dean, ähm, hat diese Tiere, äh, aufgezogen, seit zweieinhalb Jahren ist er jetzt, glaube ich, schon dabei, äh, diese Löwen von Kind auf, deswegen ist er auch da und darf dabei sein und darf neben den Liegen, darf bei solchen Situationen dabei sein, weil er zu der Gruppe, beziehungsweise zur Pride dazugehört, ähm, also zu der Familie von den Löwen, ähm, aber bei so einer Situation, ei, 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 und auch diese Zähne, na, da wäre ich ganz schnell weg. Ach, du heilige Scheiße, oh, oh. The moment I removed Naila from the Pride, I personally believe that they restructured that Pride. So everybody had to prove his position, his rank and his level within the Pride again. Oh, Positionskampf? Positionskampf, also, oh oh. So Kiara and Khaleesi, the two youngest females and sisters, who were actually inseparable, they all of a sudden came at each other and even showed aggression towards each other. As well as aggression towards the other ones. And of course, since Naila joined again, she was kind of the center of all that happening around her. Oh, 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 oh. And, ähm. Aber wird, also jetzt, was ich mich jetzt frage, wird die nicht angegriffen bei solchen? Ich meine, er gehört ja zu der Familie dazu. Und bei so einem Positionsranking, weil er ja auch in der Familie dabei ist, müssten sie doch auch ihn angreifen, oder? So, sie hat zu prove herself again. So, sie hat zu prove that sie ist die strongest und oldest und die meist dominant female und dass die anderen, weder males oder females, kann man spielen mit ihr. At one stage, Naila war wirklich unter viel Druck, und dann Dexter joined mit proper aggression towards her und und guesst was? Leo got up. Leo ist actually Naila's brother. Okay. Und er picked up a fight with Dexter. Kind of protected his sister. Oh, das ist so süß, Alter. Hahaha, die jellige Scheiße. Okay, er hat meine Frage schon beantwortet. Holy moly. Vorbei wahrscheinlich, oder? Oh, das ist ein spezieller Moment. Oh, das ist ein spezieller Moment. Oh, mein Gott. Oh, das ist ein spezieller Moment. Das war die größte beeindruckende Sache, die ich in meinem gesamten Leben erlebt habe. Wow! Ich bin sprachlos. Gleiches. Ich bin sprachlos, ich bin auch sprachlos, holy shit. Das war das höhere Laufste, das sie mir zeigen können. Weil sie normalerweise nicht rohren, wenn die Leute hier sind. Aber jetzt haben sie es mit mir gemacht. Das war so großartig. Und es war auch der Ende der ganze Reunion. Weil nach all diesen Fights und so, sie haben sich die Strukturen und gesagt, okay, wir haben die Strukturen jetzt, wir sind alle auf der gleichen Seite. Und durch das Roaring Session, sie haben es. Good morning, everybody. So, heute ist die Zeit nach der Reunion. Und wir wollen und schauen, wie sie sind, und sehen, wie sie sind, und sozialieren mit einem anderen. Ich bin echt, Kenzo. Kenzo, der Dobermann. Ich denke, er fühlt sich ein bisschen alleine, weil ein unserer Arbeiter kam, und die anderen Töger waren mit ihm, während er schlafen war. Und jetzt ist er sie und klingelt. Wir wollen jetzt nach den Reinen gehen und auf sie schauen. Also, komm mit mir. Hallo, everybody. What is that? Wow, mega cooles Gefühl wahrscheinlich. Sehr geiles Gefühl. That looks amazing. There is nothing but love in the air. Everybody is back together. I'm going to spend a little bit of time here with them now, to find out, if there is a new structure in the Pride. But as it looks like, it looks like pretty much the same than before. Yo, my girl. Alright. Infinity, würde er jetzt mal so sagen. Let's see what we can find out. Boah, das wäre schon... Also, jedes Mal habe ich das Bedürfnis... Also, jedes Mal, wenn ich einer seiner Videos angucke, habe ich das Bedürfnis, diese Löwen zu streicheln. Aber ich weiß, wenn ich da reinkommen würde, dann wäre ich der... Nicht der Gestreichelte, sondern der... Hello, ladies. Please. Good job. Yo. So, as you guys can see, the ladies are super chilled again. Compared to yesterday, where they basically, yeah, you know, kind of weird, attacking each other and dominating and challenging each other. Now they are just cleaning each other, socializing, being super chilled and cool. There is Naila. You're biting my arm. You're a bad girl. I think, that's good. I think, I think, that's a good girl, that's a good girl. I don't know. It's a good feeling. When a family is back together and everybody is happy. Oh, sweet, man. Ich hoffe, euch hat diese Reaktion dazu gefallen Freunde, falls euch diese Reaktion gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da Würde mich natürlich sehr freuen Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, haut rein Tschö, Möde, Peace, Peace